Benzi, vielleicht magst du mal anfangen, wie hast du die Partie heute gesehen? Ja, ich glaube so kurz nach dem Spiel ist es einmal schwer. Ich glaube da sind wir gerade noch ein bisschen enttäuscht, dass wir da noch einen Ausgleich gekriegt haben, vor allem so spät. Ja, das ist einfach unnötig, glaube ich, aus unserer Sicht. Wir hätten viel früher dann schon den Sack zu machen müssen oder vor allem in der ersten Halbzeit, in die ersten 15-20 Minuten haben wir es, glaube ich, richtig gut gemacht. Hat ja mit mir eigentlich gar nichts vom Spiel gehabt und ja, ich glaube, wir haben es dann ein bisschen aufgebaut, haben lockerlassen, waren uns vielleicht schon zu sicher. Ja, kriegen wir da einen Ausgleich und in der zweiten Halbzeit wieder, durch den Standard gehen wir wieder in Führung und dann müssen wir eigentlich ganz klar das Dritte drauflegen. Und so kriegen wir einen Ausgleich und ja, das ist bitter. Ja, ich sage, Eigenfehler können immer passieren. Also das ist nicht das Thema, nur das Thema ist dann, wie man einen Einwurf verteidigen. Ich glaube, da haben wir einfach nicht schnell geschalten. Es geht einfach nicht, dass ein Spieler in der Mitte sich dann vom Gegner offen drehen kann. Das ist, glaube ich, einfach das, was wir dann verabsalnt haben. Oder ja, wie gesagt, Fehler kann jeder machen. Das ist überhaupt nicht das Thema, eben wie wir das dann verteidigen. Am Ende ist eher das, was, glaube ich, was wir ansprechen müssen. Was nimmst du, was kann man da jetzt positiv mitnehmen? Ich meine, der Auftritt, du sagst, ich habe super begonnen, aber ich glaube, ihr fretst mit Haaren und Haaren, dann das Zweite hat leider nicht geklappt, dann nach der Pause hat es irgendwie so stark begonnen. Dritte Runde, auf und ab, was ist auf der Abendsite? Ja, ich glaube, es ist einfach ein Prozess, in dem wir uns befinden. Wieder ein Umbruch seitens Sommer. Der Trainer will uns einfach seine Philosophie komplett einimpfen und das ist einfach ein Prozess. Ich glaube, wir können nicht von 0 auf 100 von letzter Saison, wo wir eigentlich nicht gut waren, dann gleich erwarten, dass wir jetzt komplett oben mitspielen. Also das ist ein Prozess, in dem wir uns befinden und wir müssen von Spiel zu Spiel schauen. Und ja, irgendwann erwarten wir uns einmal, dass wir die drei Punkte dann sicher heim spielen. Wie war für dich die Partie ist? Also ich sage einmal, wenn ich Zeit habe, ist es mal eine halbe Stunde, gar nichts los? Oder drei Abschlüsse machen? Ja, das ist, also gegen Ried war es auch schon ähnlich eigentlich, also dass ich da relativ wenig zu tun habe oder beschäftigt bin, das ist halt eigentlich, ja, ich nehme immer da gerne einen Vergleich auch von den Bayern. Der Neuer hat den maximalen Torschuss immer im Spiel, da muss er halt dann da sein. Und auf das Trainiere ich auch hin im Normalfall, dass ich dann genau auf den einen Torschuss, ja, oder zwei, das ist heute geworden, wo der Gegner zu mir aufs Tor kommt, dass ich dann da bin. War heute leider nicht der Fall, also die Entstehungen habe ich noch nicht gesehen, muss ich mir noch anschauen und dann werden wir das gemeinsam analysieren. Gibt es noch Fragen? Nein? Dankeschön. Ja! Ja!